Offenbar ein großes Thema für die CSU, Digitalisierung. So oft bayerisch aussprechen kann ich's gar nicht. Sie liegt im Aufgabenbereich von Alexander Dobrindt. Deutschland hinkt hinterher. Gerade auf dem Land ist das Internet so lahm, Facebook kann man gar nicht benutzen. Wenn man auf dem Land jemanden dissen will, muss man teilweise noch den Nachbarn wegen Astüberhang verklagen. Wie früher, ein Wahnsinn. Es gibt Gegenden, da ist es nicht möglich, eine Firma zu betreiben. Oder man muss sehr kreativ sein beim Datentransfer. Auch die Firma BVE hat täglich mit dem langsamen Internet zu kämpfen. Große Datenmengen wie Baupläne, Rechnungen oder die Jahressteuererklärung übertragen Hermann Müller und seine Mitarbeiter auf USB-Sticks, die sie dann mit der Post verschicken. Ja, das ist Deutschland. In anderen Ländern sieht's anders aus. In anderen Ländern ist das Internet blitzschnell. In Estland zum Beispiel. Die Esten sind die schnellsten. In Estland gibt es so schnelles Internet. Die gucken gerade die neunte Staffel von Game of Thrones. Und die ist noch nicht mal gedreht. Bei uns auf dem Land kann man Netflix-Serien ... Ach, da kann man nur von träumen. Ist ja alles viel zu langsam. Netflix kann man vergessen. Auch beim mobilen Internet hinken wir hinterher. Sogar Afghanistan hat ein schnelleres Handynetz als Deutschland. Wirklich? Ja, es gibt Deutsche, die lassen sich von Schleppern nach Kabul bringen. Damit ihr doofes Smartphone funktioniert. Dabei hatte ja Internetminister Dobrindt, also Mr. zu spät in die Zukunft, versprochen, dass Deutschland eine Spitzenposition in der Digitalisierung einnimmt. Er hat gesagt, bis 2025 sollen im Prinzip alle Gebäude an Gigabit-Netze angeschlossen sein. Bis 2025 ist die Frage, wie er das noch schaffen will. Wie man alle deutschen Gebäude so schnell komplett nach Berlin, Hamburg, München und Köln schafft. Das Problem ist unter anderem, Dobrindt hat den Ausbau der Netze an die Telekom gegeben. Und die Telekom macht es natürlich so, dass es sich für sie auch lohnt. Die Telekom baut die Glasfasernetze bis zu den Schaltkästen auf der Straße aus. Aber in die Häuser führen dann langsame Kupferleitungen. Wenn man Glück hat. In den ganz abgelegenen Regionen kommt nach den ollen Kupferleitungen noch mal ein Kind mit einem anderen Kind und einem Dosentelefon.